Die Gäste von der Kälte 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 Alles Gute Genießt der Kälte Die Gäste von der Kälte So, ganz glücklich Von uns vom Team Okay, gute Chance Das kann die Gäste von der Kälte Das ist natürlich auch sehr gut Abschneiden bei dieser Kälte Achse mit der Kälte 2021 Oh Oh Hey ja Fylt du an? Du musst halt flin Ah Sein Parkshow-trappel Don't dare noe trappel Hei, kann ich noch präiden An der Lissi-Sjöer Was dann hei? Der Bus An der Internetstoff Kälte An der Lund L'Elon wird deparneus. Wanderstatt, ein deparneus. Ein Hai, was schläft mal auf? Eine gute Porsche. Das können wir einfach mal. Moin. Moin. Ich hoffe es nicht aufkommt. Ja. Das Ding baut, ja. Ja. Danke. Danke, danke. Tschüss. Danke. Bitte sehr. Gute Fahrt. Danke. Danke, danke. Tschüss. Gute Fahrt. Danke. Moin. Freie Runden. Ja. Eben, wo gucken. Den Lichtschrank aus dem Auto. Ah, ja. Okay. Und dann auf die Reise vor der Ried durch. Einfach riecht weiter. Und auf der Riedskei durch geht links. Ja. So, ich wollte dich mal den Dippen einholen. Ja. Können wir abhauen. 70. 70. Okay. Okay. Jetzt sind die Hockey aus 40. Okay. So, ja. Da sind wir bei enger Minute. Na ja. Du fähr. Du fähr. Fähr gut. Ähm. Zügig weiter. Ja, ja. Du fähr. Du fähr gut. Zügig weiter. Du fähr gut. Die Teile sind nur vom Gefühl hier. So, wie ich den Gefur. Ja, ja. Super gut. Und dann keine Herzen. Die Riedskei werden natürlich ein bisschen mehr in den Geur. Das ist ja so 50. Das ist ja 50. Ja. 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 Ist das ok für das Schirm? Ja, ja. Ja, ja. Das ist gut. Ja, ja. So, wovon schreit ihr so wenigstens? 40, ja. Ich lerne es mal. 3,5 oder 6,70 an. Wenn wir keine, wenn wir 15 oder 40 hoch sind. Und da so sind wir gut, das ja. So, wir sehen, wir sind bei Engermind. So, wir sind in 43. 5,5 oder? Ok. So, also. Er ist schon, als ich genau drei vocht. Also. Ich mache den Countdown von Tsing. 5,4 Sekunden. 2,5. Mal lösen, mal lösen. Das ist ein Besteck. Wie viel? 7,15. 10? Ja. 5,4,3,2. Das ist gut, das ist gut. Scheiße. Digger. Ja. Freiert doch haben wir bei der Garage. Probe auf. Wohin. Moin. Möden. Einige Muttsmerz. Also dass du eigentlich? Ja, du hast die Alle, die erklären. Oh ja. Die Gad noch rumgedrückt. Komm es guck rein. Rum rum. Sieh schon, tschau 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 Sieh schon, tschau Siehe smell, Sara Siehe Siehe Tschuhe Schuhe Herr Siehe Siehe Ja, das ist schon mal bereit. Mein Co-Pilot sieht ja den Luftmengen-Messer. Luftmengen-Messer. Luftmengen-Messer als kaputt, dann dürft ihr dann doch auch noch G-Benerdee? Ja, G-T-Hins ist das von uns. Das ist relativ sinnvoll, dass ich da kurz schnell immer nachdenke. Okay. Ein bisschen schön, dass wir dabei sind. Team RTL mit der Nummer 100. Die können da auf jeden Fall dann noch ein Matze zwiebeln, mit dem Jeep Brengler. Ja, bonjour, bonjour. Schön, dass wir unseren Film festgehalten haben. Alles klar, gute Zeit. Vielen Dank. Tschüss. Hey du, guck. Du hast die ganze Fakke ausgehend, oder? Wir können nur noch. Mega gut. Morgen. Morgen. Kleines Souvenir für Schengen. Oh, super. Danke. Tschüss. 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 Guten Morgen. Guten Morgen. So wie schankhöst du hier? Ja, los, los, los. Vanne. Feier. Drei. Zwei. Echt. Loch. Die nächste. Amen. Mojane. Mojane. Les Rabonjoins. Rabonjoins. Merci. Ok. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...